Das Kleindeutsche Reich mit dem preußischen König als Erbkaiser an der Spitze war seit 1848 das Ziel des deutschen liberalen Bürgertums. Aber gemacht wurde es im Winter 1870-71 nicht von den liberalen Bürgern, die es so heiß ersehnten, sondern von den deutschen Fürsten, die es zum großen Teil gar nicht wollten. Es war nicht die Errungenschaft einer deutschen bürgerlichen Revolution, sondern das Produkt, fast könnte man sagen, das Nebenprodukt eines dynastischen Krieges zwischen Preußen und Frankreich. Sein Architekt war Bismarck und mit Recht spricht man heute vom Bismarckreich. Aber Bismarck selbst hat lange geschwankt, ob er den Anschluss der süddeutschen Staaten an den 1866 errichteten, von Preußen beherrschten Norddeutschen Bund und die Hochstilisierung des erweiterten Bundes zum Kaiserreich eigentlich wollte oder wollen sollte. 1866 hatte er jedenfalls bewusst darauf verzichtet und das nicht nur aus diplomatischen Rücksichten. Sechs Tage nach der Schlacht bei König Gretz setzte er dem preußischen Botschafter in Paris die Gründe auseinander, aus denen er sich damals entschieden hatte, an der Mainlinie Halt zu machen und statt einer deutschen nur eine norddeutsche Einigung zu suchen. Ich spreche das Wort norddeutscher Bund unbedenklich aus, weil ich es, wenn die uns nötige Konsolidierung des Bundes gewonnen werden soll, für unmöglich halte, das süddeutsch-katholisch-bayerische Element hineinzuziehen. Letzteres wird sich von Berlin aus noch für lange Zeit nicht gutwillig regieren lassen. Und der Versuch, es gewaltsam zu unterwerfen, würde uns dasselbe Element der Schwäche schaffen wie Süditalien, dem dortigen Gesamtstaate. Noch drastischer Frieper drei Wochen später an seinen Sohn. Was wir brauchen, ist Norddeutschland. Und da wollen wir uns breit machen. Und die deutsche Nationalbewegung bezeichnete er damals in einem Telegramm an den Oberkommandierenden der preußischen Mainarmee noch kurz weg als nationalen Schwindel. Ein Jahr später klang das allerdings schon ein bisschen anders. Bismarck hatte inzwischen mit den preußischen Liberalen seinen Frieden gemacht, ja eine Art politisches Bündnis mit ihnen geschlossen. Und das bedeutete für ihn auch Rücksicht auf die Nationalidee, das eigentliche Kernstück des damaligen Liberalismus. Mindestens musste er so etwas wie wohlwollende Neutralität gegenüber dem Gedanken eines Gesamtdeutschlands zeigen. Im März 1867 schreibt Bismarck wieder an seinen Pariser Botschafter, Man hat die Mainlinie als eine Mauer zwischen uns und Süddeutschland aufrichten wollen. Und wir haben sie akzeptiert, weil sie unserem Bedürfnis und unserem realen Interesse entsprach. Aber sollte man sich darüber getäuscht haben, dass sie nicht eine wirkliche Mauer, sondern gewissermaßen ein Gitter ist, durch welches der nationale Strom seinen Weg findet. Auch dies ist noch nicht die Sprache eines entschlossenen Einigungspolitikers und Reichsgründers. Immer noch entspricht die Mainlinie in Bismarcks Augen unserem, also dem preußischen, Bedürfnis und realen Interesse. Wenn trotzdem der nationale Strom durch sie hindurch wie durch ein Gitter seinen Weg findet, dann ist das gewissermaßen höhere Gewalt, der man freilich Rechnung tragen muss. Dieser Ambivalentenhaltung entspricht Bismarcks praktische Politik in diesem Jahr. Er schließt militärische Bündnisse mit den süddeutschen Staaten und er unterbaut den Zollverein mit einem Zollparlament, zu dem zum ersten Mal seit 1848 so etwas wie gesamtdeutsche Wahlen stattfinden. Aber gerade diese Wahlen zeigen, dass sich inzwischen in Süddeutschland der antipreußische Affekt eher verstärkt hat. Die Mehrheit der süddeutschen Abgeordneten besteht aus Klerikalen, Partikularisten und großdeutschen Demokraten. Und Bismarck ist sofort, fast mit Erleichterung, bereit, sich damit abzufinden. Hier Bismarck im Mai 1868. Die Wahlen zum Zollparlament, wie sie nun einmal ausgefallen sind, haben gezeigt, dass der Süden vorerst keine weitere Verbindung mit dem Norden haben will als Zollvertrag und Allianzvertrag. Der Norden hat keinen Grund mehr zu verlangen, denn militärisch ist die Verbindung mit dem Süden keine Verstärkung für uns, strategisch genommen. Und politisch haben wir kein Bedürfnis, uns mit den heterogenen Elementen im Süden zu verschmelzen, wo man nicht weiß, ob die Partikularisten oder die Demokraten die ärgeren Feinde Preußens sind. Wir fragen alle die nationale Einigung im Herzen, aber für den rechnenden Politiker kommt zuerst das Notwendige und dann das Wünschenswerte, also zuerst der Ausbau des Hauses und dann dessen Erweiterung. Erreicht Deutschland sein nationales Ziel noch im 19. Jahrhundert, so erscheint mir das als etwas Großes. Und wäre es in zehn oder gar fünf Jahren, so wäre das etwas Außerordentliches, ein unverhofftes Gnadengeschenk von Gott. Immerhin nennt er jetzt die deutsche Einheit, anders als zwei Jahre zuvor oder selbst ein Jahr zuvor, ein wünschenswertes Ziel. Aber sie bleibt für ihn eben ein Fernziel. Und daran hat sich auch ein weiteres Jahr später nichts geändert, als bereits die Gefahr eines kriegerischen Zusammenstoßes mit Frankreich sich abzeichnet und zugleich mit ihr hoffnungsvolle Spekulationen auftauchen, dass ein solcher Krieg, von Nord- und Süddeutschland gemeinsam geführt, der deutschen Einigung eine günstige Chance bieten könnte. Bismarck antwortet am 26. Februar 1869, dass die deutsche Einheit durch gewaltsame Ereignisse gefördert werden würde, halte auch ich für wahrscheinlich. Aber eine ganz andere Frage ist der Beruf, eine gewaltsame Katastrophe herbeizuführen und die Verantwortlichkeit für die Wahl des Zeitpunktes. Ein willkürliches, nur nach subjektiven Gründen bestimmtes Eingreifen in die Entwicklung der Geschichte hat immer nur das Abschlagen unreifer Früchte zur Folge gehabt. Und dass die deutsche Einheit im Augenblick keine reife Frucht ist, fällt meines Erachtens in die Augen. Nimmt man doch hinzu, dass Bismarck wieder ein Jahr später, im Februar 1870, ein badisches Ersuchen um Aufnahmen in den Norddeutschen Bund fast gereizt abwimmelt, dann ergibt sich ein klares Bild seiner Einstellung. Es ist nicht das Bild eines Mannes, der entschlossen und zielbewusst von langer Hand auf die nationale Einigung des nichtösterreichischen Deutschland lossteuert. Vielmehr hat sich Bismarck mit dieser Idee nur zögernd, gewissermaßen nachgebend angefreundet und etwas von Lippendienst und möglichst auf die lange Bank schieben klingt noch in seinen positivsten Äußerungen durch. Man kann dieses Zögern und auf die lange Bank schieben auch gut verstehen. Bismarck war ein Preuße und er fürchtete, mit Recht, wie die spätere Geschichte gezeigt hat, dass Preußen das süddeutsche Element weder beherrschen noch assimilieren könne, dass es sich vielmehr in Deutschland auflösen, verlieren würde. Bismarck war außerdem ein konservativer Juncker und Monarchist und die nationale Einigung Deutschlands war eine bürgerlich-liberale, ja, im letzten Grunde eine demokratisch-republikanische Idee. Bismarck tut immer ein Stück von unserer Arbeit, schrieb Engels 1870 an Marx. In seiner Weise und ohne es zu wollen, aber er tut's doch. Aus klassen- und gesellschaftspolitischen, ebenso wie aus patriotisch-preußischen Gründen, konnte ihm also nicht ganz wohl dabei sein. Allerdings war Bismarck auch ein großer Realist. Und rein realpolitische Erwägungen nötigten ihn zunehmend, mit der nationalen Strömung zu rechnen und das Beste daraus zu machen. Wenn sie unwiderstehlich wurde, dann durfte er sich ihr nicht hoffnungslos widersetzen, sondern musste sich an ihre Spitze stellen, um sie zu kontrollieren und zu steuern. So, dass sie möglichst weder Preußen noch die überlieferten deutschen Feudalstrukturen hinwegschwemmte. In der Praxis hieß das, die deutsche Einigung durfte sich nur in der nüchternen Form des Beitritts der vier süddeutschen Staaten, Bayern, Württemberg, Baden und Hessen-Darmstadt, zum Norddeutschen Bund mit seiner fest etablierten preußischen Vorherrschaft vollziehen. Und sie durfte nicht von denen vollzogen werden, die sie eigentlich wollten, den liberalen Parteien und Parlamentariern, sondern nur von denen, die sie eigentlich nicht wollten, den süddeutschen Monarchen, denen dann auch ruhig erhebliche Reservatrechte belassen bleiben konnten, selbst eine gewisse Schein-Souveränität. Dafür konnte, ja musste man das Ergebnis dann, mit dem großen, altehrwürdigen Begriffen Kaiser und Reich drapieren und damit die nationale Fantasie und den nationalen Spieltrieb befriedigen und davon ablenken, dass ein eigentlicher Nationalstaat immer noch nicht entstanden, eine wirkliche Mündigerklärung der Nation nicht erfolgt war. Dieses außerordentliche Kunststück gelang Bismarck im Winter 1871 vollkommen und man kann die Virtuosität, die er dabei entfaltete, nur bewundern und bestaunen. Freilich, Dauer hat sein Werk nicht gehabt und das ist angesichts seiner Künstlichkeit kein Wunder. Bismarcks Reichsgründung war eine Art grandioser Trick und Tricks, auch die glänzendsten, halten auf die Dauer nicht stand. Das Ereignis, das die nationale Bewegung in Deutschland unwiderstehlich machte und die Errichtung eines deutschen Nationalstaats unabweisbar auf die Tagesordnung setzte, war der deutsch-französische Krieg vom Juli 1870 und der schnelle Siegeszucht der verbündeten deutschen Armeen im August und September. Die Frage, ob Bismarck diesen Krieg gewollt und bewusst herbeigeführt hat, ist bis heute unter Historikern umstritten und kann hier nicht untersucht werden. Sie braucht auch nicht beantwortet zu werden, denn eins ist sicher. Selbst wenn Bismarck den Krieg gewollt hat, dann bestimmt nicht, um durch ihn den Anschluss der süddeutschen Staaten herbeizuführen. Mit dem hatte er es nicht eilig. Er war vielmehr völlig bereit, ihn zukünftigen Entwicklungen zu überlassen. Daran kann nach den zitierten Aussprüchen Bismarcks aus den vorangehenden Jahren, die sich vervielfältigen ließen, nicht der geringste Zweifel bestehen. Und alles andere ist Legende. Aber der gemeinsam geführte Krieg hatte die deutsche Einigung nun einmal aktuell gemacht. Der preußische Kronprinz und der Großherzog von Baden, beide fürstliche Nationalliberale, erkannten das ebenso wie die parlamentarischen Vertreter des Liberalismus, die alle viel früher als Bismarck mit Einigungsvorschlägen zur Stelle waren. Der preußische Kronprinz schickte Bismarck schon am 12. August eine Denkschrift, in der es hieß, Zur endlichen Einigung des ganzen deutschen Vaterlandes ist es unumgänglich notwendig und erforderlich, die gegenwärtige großartige nationale Begeisterung, welche durch die ersten glücklichen Erfolge der verbündeten Waffen womöglich noch gehoben oder fester geworden ist, nicht verrauchen zu lassen. Sobald mit Gottes Hilfe ein Sieg über die gesamte französische Armee errungen worden ist, muss sofort ans Werk gegangen werden. Und drei Tage später schreibt der Nationalliberale Abgeordnete Eduard Lasker an Bismarck, Nachdem die Abwehr gesichert ist, tritt die Frage über das Endziel des Krieges in den Vordergrund und sie beherrscht das Gespräch nicht bloß unter berufsmäßigen Politikern. Über territorialen Erwerb spreche ich nicht. Das Verlangen ist angeregt, mannigfache Verhältnisse werden darüber entscheiden, aber die Grenzerweiterung war nicht der deutsche Zweck des Krieges und wird nicht der Preis sein, welcher die Nation befriedigt. Dagegen darf ich aus Wahrnehmung als tiefe Überzeugung des Volkes bezeichnen, dass Deutschland jetzt anstelle der Verträge mit den süddeutschen Staaten die Staatseinheit in Form des Bundes gewinnen werde. Ein minderer Ausgang würde zu den schwersten Täuschungen zählen. Das Volk mit seinen großen Instinkten setzt als vollzogen voraus, was es eifrig erfasst hat. Und nicht nur das Volk. Bismarcks rechte Hand, der Staatsminister und Präsident des Bundeskanzleramtes von Dädebrück, berichtet Mitte September aus dem Hauptquartier in Reims. Dass im militärischen Hauptquartier die Herstellung der deutschen Einheit mit der kaiserlichen Spitze als eine leichte Aufgabe angesehen werde. Acht siegreiche Schlachten, in denen die Söhne aller deutschen Länder vereint gekämpft und geblutet hatten, hatten im Bewusstsein der Armee die Einigung Deutschlands vollzogen. Und der Zauber, den die Person des Königs auf Offiziere und Mannschaften des ganzen Heeres ausübte, schien in der Kaiserkrone seinen natürlichen Ausdruck zu finden. Sachlich war alles fertig. Man brauchte nur zu wollen, um alles auch formell in Ordnung zu bringen. Das durch große Taten und große Erfolge gehobene Bewusstsein übertrug ohne weiteres die Stimmung der Armee auf die einzelnen Staaten, deren Kontingente die Armee bildeten, und wollte deshalb jede andere Stimmung als unberechtigt ignorieren oder niederwerfen. Wer die Stimmung in Bayern und Württemberg anders ansah und weder von einer Ignorierung noch von einer Vergewaltigung etwas wissen wollte, lief Gefahr, für träge und kleinmütig, wenn nicht für noch Schlimmeres zu gelten. Hier klingt schon durch, dass die nationale Begeisterung in Bürgertum und Armee von den süddeutschen Regierungen nicht unbedingt geteilt wurde. Und ähnlich in einem Erlass des sächsischen Ministers von Friesen an den sächsischen Gesandten in München vom 10. September. Es würde gegen die Natur der Dinge sein, wenn man sich dem Glauben hingeben wollte, dass das deutsche Volk nach den Erlebnissen des Krieges wieder ruhig in die frühere Zerrissenheit zurückkehren und durch die Beibehaltung der Mainlinie als einer unübersteiglichen Grenze des deutschen Nordens und Südens sich werde befriedigen lassen. Selbst diejenigen Regierungen, in deren Staaten das nationale Bewusstsein noch nicht die Majorität der Bevölkerung durchdrungen haben sollte, werden sich sagen müssen, dass eine Enttäuschung nach solchen Erfolgen nicht zu einer Schwächung, sondern zu einer wesentlichen Verstärkung der nationalen Bewegung hinführen müsste. Sachsen, das 1866 als Besiegter in den Norddeutschen Bund hinein gezwungen war und sich dort als einziges Königreicher, als einziger einigermaßen substanzieller Staat neben dem übermächtigen Preußen natürlich höchst unbehaglich eingezwängt fühlte. Sachsen hatte ein offensichtliches Interesse an einer Erweiterung des Bundes nach Süddeutschland, die ihm etwas Luft schaffen konnte. Am liebsten hätte es den Norddeutschen Bund wieder aufgelöst und durch einen anders konstruierten, loseren Gesamtdeutschen Bund ersetzt. Aber es hatte wenig Einfluss darauf und hat tatsächlich bei den Verhandlungen kaum eine aktive Rolle gespielt. Diese spielten sich ausschließlich zwischen Bismarck auf der einen Seite und den vier süddeutschen Staaten auf der anderen Seite ab. Diese vier Staaten waren sehr verschieden eingestellt. Baden, beitrittswillig, ja, beitrittseifrig. Das kleine Hessen-Darmstadt weniger eifrig, aber resigniert. Württemberg unentschieden und zögernd. Bayern im Grunde ablehnend. Mindestens entschlossen, nur das absolut Unumgängliche zuzugestehen und so viel wie möglich von seiner Souveränität zu bewahren, ja, vielleicht sogar als Preis an Gebietszuwachs für sich selbst herauszuschlagen. Bayern war im Übrigen natürlich der bei weitem größte, älteste und selbstbewussteste süddeutsche Staat. Es hielt den Schlüssel zum Erfolg oder misserfolg der Verhandlungen und es war sich dessen bewusst. Die bayerische Haltung ist sehr gut in einem Brief des bayerischen Gesandten in Berlin an seinen Ministerpräsidenten, den Grafen Brey Steinburg, charakterisiert. Nun, meine ich, muss die bayerische Regierung in Berücksichtigung der politischen Lage und gewisser notwendiger Konsequenzen des Krieges und der nationalen Stimmung in der deutschen Frage, nämlich der künftigen Gestaltung Deutschlands, entgegenkommen bezeugen, aber im Voraus sehr bestimmt die Grenze dieser Konzessionen gezogen haben. Von Bayern wird das Geschick Süddeutschlands abhängen. Die Grundsätze, die du vertrittst mit deinen Kollegen, verbürgen wohl, dass der Krone und Selbstständigkeit Bayerns nichts wird vergeben werden. Die Zeitverhältnisse sind zudem günstig, in dem mehr als je die Fürsten sich im monarchischen Interesse aneinanderzuschließen haben. Die Achtung vor Bayern und die Anerkennung seiner Leistung, die es aus eigener selbstständiger Kraft vollbracht hat, ist so groß, dass man mit uns rechnen wird. Wie verhielt sich nun Bismarck in dieser Lage? Man kann nur sagen, außerordentlich vorsichtig und zurückhaltend. Dem württembergischen Kriegsminister sagte er am 17. September, Unser Grundsatz war und ist, wie Sie wissen, Süddeutschland keinen Zwang anzutun. Und gegen Bundesgenossen wäre dies nun vollends unmöglich. Also erwarten wir in der deutschen Sache ihr freiwilliges Anerbieten. Um aber dieselbe anzuregen, so viel wir vermögen, haben wir eine Fürstenzusammenkunft von Preußen, Bayern und Württemberg in Versailles vorgeschlagen. Diese Fürstenzusammenkunft war zunächst Bismarcks einzige Initiative. Sie sollte offiziell der gemeinsamen Unterzeichnung eines Friedensvertrages mit Frankreich dienen, der im September und Oktober näher schien als in den folgenden Monaten. Das Friedensinstrument sollte von sämtlichen verbündeten deutschen Fürsten gewissermaßen mit dem Degenknopf, wie Bismarck sich ausdrückte, unterzeichnet werden. Und Bismarck mochte vielleicht hoffen, bei einer solchen emotionsgeladenen Gelegenheit den Beitritt der süddeutschen Monarchen zum norddeutschen Bunde gewissermaßen nebenbei im Handstreich unter Dach und Fach zu bringen. Aber aus diesem Versailler Fürstenkongress wurde nichts. Nicht nur, weil die Friedenssondierungen mit Frankreich sich zunächst wieder zerflugen, sondern weil der bayerische König, Ludwig II., sich jeder Einladung standhaft verweigerte. Seinem Hofsekretär ließ er mitteilen, Mit jedem Tag haben Majestät mehr die Überzeugung, wie unmöglich es ihm ist, die in Aussicht stehende Reise nach Frankreich anzutreten. Majestät glauben daher, dass es notwendig ist, irgendeine Krankheit vorzuschützen, zum Beispiel Sehnendehnung, und möchte Herr Hofrath Sorge tragen, dass dieses unter dem Publikum und den Soldaten bekannt werde. Dementsprechend erhielt dann auch Bismarck auf die Ankündigung einer offiziellen Einladung aus München die kühle Antwort, Beehre mich, im Auftrage seiner Majestät, Eure Exzellenz mitzuteilen, dass allerhöchst dieselben wegen Sehnenverdehnung keinesfalls nach Versailles kommen können. Überhaupt hatte Ludwig II. seine eigene Art, sich gegenüber den unangenehmen Dingen, die er auf sich zukommen sah, totzustellen. Delbrück, den Bismarck Ende September nach München geschickt hatte, um die bayerische Haltung zu sondieren und womöglich einen Verhandlungsvorschlag herauszulocken, berichtete mit offenbarem Befremden, Meine über eine Stunde dauernde Audienz hatte einen unerwarteten Verlauf. Über den Zweck meiner Anwesenheit in München fiel kein Wort. Der König erwähnte ihn nicht, und ich schwieg, weil ich den Anschein vermeiden musste, als wäre ich gekommen, um Zugeständnisse von Bayern zu begehren. Den größten Teil der Zeit füllte der König mit kirchenpolitischen Darlegungen. Vor zwei Monaten war das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit verkündet worden, und der König begründete in klarem und elegantem Vortrage und mit einer staunenswerten Kenntnis des Kirchenrechts die Stellung, welche er einzunehmen habe, um den Staat vor den Folgen dieses gefährlichen Dogmas zu schützen und seine Zweifel an der ferneren Haltbarkeit des Systems, das Preußen der Kurie gegenüber, befolge. Als Delbrück dann doch einmal vorsichtig auf seinen eigentlichen Auftrag zu sprechen kam, leuchtete das Antlitz des Königs auf, aber nur einen Augenblick. Mit einer ausweichenden Redewendung ließ er den Gegenstand fallen. Ende September schien daher alles ins Stocken gekommen, ehe es richtig angefangen hatte. Dass es dann im Oktober und November schließlich doch zu Beitrittsverhandlungen kam, ist Baden zu verdanken. Am 3. Oktober stellte es im Alleingang den offiziellen Antrag auf Eintritt in den Norddeutschen Bund. Daraufhin entschlossen sich auch Hessen-Darmstadt und Württemberg, Beitrittsverhandlungen aufzunehmen. Und eine gewisse Isolierungsfurcht, zusammen mit dem Wunsch, die Verhandlungen der anderen zu beeinflussen, bestimmte nun auch Bayern, eine Verhandlungsdelegation nach Versailles zu entsenden. Der Ministerpräsident, Graf Brei Steinburg, der sie führte und der kein Preußenfreund war, kam mit weitgesteckten Zielen. Entweder Auflösung des Norddeutschen Bundes und Neugründung eines weitloseren Deutschen Bundes, der im Grunde allen Teilnehmern ihre Selbstständigkeit ließ. Oder Unterteilung Deutschlands in einen Norddeutschen und einen Süddeutschen Bund, der eine unter preußischer, der andere unter bayerischer Vorherrschaft. Aus beidem wurde nichts. Das erste erklärte Bismarck von vornherein als unannehmbar. Das zweite scheiterte an den anderen süddeutschen Staaten, die sich in getrennten Verhandlungen und unter verschiedenen Sonderbedingungen einer nach dem anderen zum Eintritt in den Norddeutschen Bund bereit fanden. Die Verhandlungen waren konfus, ärgerlich und oft gereizt. Versailles war ein Heerlager. Von einer ruhigen Konferenzatmosphäre konnte keine Rede sein. Der wieder auflebende Krieg, die drohende Intervention der europäischen Mächte, wachsende Spannungen zwischen Bismarck und Moltke beherrschten die Szene und drängten die Verhandlungen mit den süddeutschen Staaten in den Hintergrund. Bismarck selbst, der sie sozusagen in den Pausen anderer drängender Geschäfte unterbringen musste, klagte, Es ist eine sehr schwere Verantwortung für mich, hier allein Verträge abzuschließen und Abmachungen zu treffen, die für die Zukunft von entscheidendster Bedeutung sind. Ich bin in schlecht geregelter Verbindung mit der Heimat, habe keine Akten zur Hand und doch muss ich entscheiden, dies nehme ich an, jenes nicht. Ich setze mich der herbsten Kritik für mein ganzes Leben aus, wenn die mit den süddeutschen Staaten getroffenen Abmachungen übel ausschlagen. Und doch lässt der Erfolg sich so wenig voraus berechnen, wie der nächste Abzug im Pharao. Mitte November war man sich mit Baden, Hessen und Württemberg ziemlich einig, mit Bayern immer noch weit auseinander. Und Bismarck entschloss sich schließlich, zunächst nur mit den drei kleineren Staaten abzuschließen, wohl auch um damit das isolierte Bayern unter leichten Druck zu setzen. Dann sprang im letzten Moment Württemberg wieder ab. Ohne Bayern wollte es nicht mitmachen. So wurde am 15. November zunächst nur ein Beitrittsprotokoll mit Baden und Hessen-Darmstadt unterzeichnet, gewiss ein mager aussehender Erfolg. Der badische Ministerpräsident Jolli schrieb an seine Frau, Ich hatte mir den Augenblick, in welchem dieses seit Jahren von mir mit so mancher Mühe erstrebte Ziel erreicht sei, brillanter gedacht, als er in Wirklichkeit war. Er war mir nämlich infolge meines alten, mit ziemlicher Heftigkeit aufgetretenen Übels nichts weniger als reizend, und ich hatte stets nur den einen Wunsch im Kopf, ich wollte, es wäre vorüber. Und als wir nach dreistündiger, ermüdender Diskussion über allerlei Nebenfragen endlich zu Bismarck, zur Unterschrift kamen, klagte auch er über Unwohlsein. Seine Galle sei ruiniert, und so schlage ihm jeder Ärger auf den Magen. Und Moltkes Mitarbeiter, Bronzart von Fellendorf, der allerdings einen ständigen Groll gegen Bismarck hegte, notierte am 20. November in seinem Tagebuch beinahe fadenfroh. Ein gewisses Gefühl des Missbehagens lastet auf Graf Bismarck. Er hat entschieden, das Gefühl in diesem Kriege eine untergeordnete Rolle zu spielen, denn bisher hat der Soldat noch alles, der Diplomat noch nichts vor sich gebracht. Die kleinen politischen Kunststücke haben sich als Spinngewebe erwiesen. Das war nun freilich voreilig geurteilt, denn gerade in diesen Tagen kam Bismarck schließlich doch auch mit den Bayern zu Stuhle, im Wesentlichen allerdings durch großzügiges Nachgeben. Bayern blieb auch nach seinem Beitritt zum Bund, der nun in Deutsches Reich umgetauft werden sollte, ein fast souveräner Staat mit eigener Post und Eisenbahn, weitgehender eigener Steuerhoheit, eigener Armee unter eigenem Oberbefehl in Friedenszeiten, sogar dem Recht eigene diplomatische Vertretungen zu unterhalten. Graf Breysteinburg schrieb befriedigt an seine Frau Was mich betrifft, so nehme ich das feste Bewusstsein von hier mit, dass in dem von uns vorbereiteten Abkommen die günstigsten Bedingungen enthalten sind, die unter den gegenwärtigen Verhältnissen zu erlangen, irgend möglich war. Und Bismarck selbst äußerte sich am Abend nach der Unterschrift im Kreise seiner engsten Mitarbeiter Die Zeitungen werden nicht zufrieden sein und wer einmal in der gewöhnlichen Art Geschichte schreibt, kann unser Abkommen tadeln. Er kann sagen, der dumme Kerl hätte mehr fordern sollen, er hätte es erlangt, sie hätten gemusst und er kann Recht haben mit dem Müssen. Mir aber lag mehr daran, dass die Leute mit der Sache innerlich zufrieden waren. Was sind Verträge, wenn man muss? Und ich weiß, dass sie vergnügt fortgegangen sind. Ich wollte sie nicht pressen, die Situation nicht ausnutzen. Der Vertrag hat seine Mängel, aber er ist so fester. Was fehlt, mag die Zukunft beschaffen. Nach Bayern unterzeichnete nun auch Württemberg und Bismarck hatte insofern Recht, als er schon nach der bayerischen Unterzeichnung bemerkte, die deutsche Einheit ist gemacht und der Kaiser auch. Aber es war eine sehr lockere, etwas fadenfeinige Einheit und der pomphafte Kaisermantel war sehr notwendig, um ihre Unvollkommenheiten zu verdecken. Mit dem Kaiser aber hatte es seine besondere Bewandtnis. An sich wäre der Beitritt der vier süddeutschen Staaten zum Norddeutschen Bund, mit dem sie ja schon vorher durch Militärbündnisse und Zollunion eng verbunden waren, kein epochales Ereignis gewesen, zumal dem wichtigsten von ihnen Bayern fast volle Souveränitätsrechte vorbehalten blieben. Es war die Umtaufe des erweiterten norddeutschen Bundes in deutsches Reich und die Erhebung des Königs von Preußen zum deutschen Kaiser, was die Fantasie beflügelte, dem Nationalgefühl Befriedigung oder Ersatzbefriedigung bot und der Welt die Geburt einer neuen europäischen Großmacht signalisierte. In dieser scheinbar nur äußerlichen, nur symbolischen Handlung, aber Symbole sind mächtig, Darin lag Bismarcks eigentlich genialer Trick. Denn er gab damit den bürgerlichen Liberalen, die ja damals zugleich Romantiker waren, das, was seit 1848 ihr Traumziel gewesen war. Und doch verbaute er gerade damit den Weg zu ihrem eigentlichen uneingestandenen Realziel, dem bürgerlich-parlamentarischen Nationalstaat. Denn nichts konnte monarchisch feudaler sein als die mittelalterliche Kaiser- und Reichsidee und überdies sorgte Bismarck dafür, dass keine Nationalversammlung und kein Reichstag den Kaiser kürte, sondern ausschließlich die deutschen Fürsten. Freilich hatte Bismarck gerade hiermit seine größten Schwierigkeiten und seinen größten Ärger. Er war sich von vornherein klar darüber, dass das Angebot der Kaiserkrone von dem mächtigsten der deutschen Fürsten, dem bayerischen König, kommen musste. Aber der wollte ganz und gar nicht. Und ebenso wenig wollte der König von Preußen deutscher Kaiser werden. Was soll mir der Charaktermajor, rief er unwillig aus. Aber Bismarck überwand beide. Wie er den Widerstand Ludwigs II. von Bayern überkam, das ist das dramatischste, aber auch peinlichste Kapitel dieser Geschichte. Es ist erst in unseren Tagen enthüllt worden und noch heute versucht man hier und da der Wahrheit auszuweichen, aber sie ist nicht mehr abzuleugnen. Bismarck hat Ludwig II. ganz schlicht bestochen. Und zwar durch Vermittlung eines dunklen Ehrenmannes, des Oberststallmeisters Graf Hollenstein, in München Rossober genannt, dessen unerklärlicher Einfluss auf den König manches Gerede verursacht hat. 4.720.000 Goldmark, die Bismarck dem Welfenfonds, also dem Vermögen des 1866 abgesetzten Hannoverischen Königshauses entnahm, erhielt Ludwig II. für seine Privatschatulle. Er hat davon die meisten seiner berühmten Schlösser gebaut. Graf Hollenstein, der im Spätherbst 1870 dreimal zwischen Versailles und München in aller Heimlichkeit hin- und herreiste, um das Geschäft zu vermitteln, verdiente dabei eine Provision von 480.000 Goldmark, worüber sich die Wittelsbacher später bitter beklagten. Die Sache entschied sich in den letzten November- und ersten Dezembertagen. Am 21. November schrieb der Onkel Ludwigs II., Prinz Luitpold, noch an seinen Neffen, Was die auch mir in der Seele verhasste deutsche Kaiseridee betrifft, so begreife ich vollkommen, dass du, lieber Ludwig, nicht geneigt bist, dem König von Preußen vorzuschlagen, den Titel eines deutschen Kaisers anzunehmen und stimme vollkommen deinem Entschluss bei, dies nicht zu tun. Aber dieser Entschluss wird schon zwei Tage später umgestoßen. Am 23. November schreibt Ludwig an seinen Bruder Otto, dem er freilich die finanziellen Hintergründe seines Umfalls verschweigt, So ist es, so schauderhaft und entsetzlich es immerhin bleibt, ein Akt von politischer Klugheit, wenn der König von Bayern jenes Anerbieten stellt. Na, die Sachen so stehen, so gebietet es das Interesse, wenn die übrigen Fürsten oder gar das Volk von mir überflügelt werden. Jammervoll ist es, dass es so kam, aber nicht mehr zu ändern. Otto antwortet, Als ich deinen Brief gelesen kamen heiße Tränen in meine Augen und noch jetzt schmerzt mich die erschütternde Mitteilung, die du mir gemacht, so oft sie mir wieder in den Sinn kommt. Höre noch einmal meine Stimme. Ich beschwöre dich, das Schreckliche nicht zu tun. Indes umsonst. Am 29. November trifft der Rostenober, mit dem von Bismarck selbst für den Bayeriffen König zur Abschrift aufgesetzten Kaiserbrief in München ein. Wir wissen's was, Exzellenz, soll er gesagt haben, schreiben's gleich selbst einen Brief auf, so wie er sein soll, sonst gibt's hinten nach doch wieder Anständ. Die entscheidende Szene, die sich danach beim König abgespielt hat, hat Hollenstein 1876 dem Grafen Eulenburg gefildert, der sie wie folgt aufgezeichnet hat. In Hohenschwangau angekommen, habe er nicht Zutritt zu seiner Majestät erlangen können. Der König habe sich, sobald er von Hollensteins Ankunft gehört, sofort zu Bette gelegt und Zahnschmerzen bekommen. Nach vergeblichem Warten von morgens 10 Uhr bis nachmittags drei Viertel 4 Uhr habe er seiner Majestät melden lassen, dass er Punkt 6 Uhr die Rückreise nach Versailles antreten und bis dahin eine allerhöchste Antwort haben müsse. Darauf sei er endlich vorgelassen worden und habe nun mit dem im Bette liegenden und ganz in Decken gewickelten König bis halb 6 Uhr einen harten Kampf gehabt. Umso peinlicher, als seine Majestät ihm nicht mit sachlichen Gründen widersprochen habe, sondern ihn mit allerlei nichtigen Vorwänden hinzuhalten gesucht hätte. Graf Hollenstein sei endlich dazu gekommen, dem Könige den mit Graf Bismarck vereinbarten von Graf Brey im Eisenbahncoupé-redigierten Entwurf zu den Briefe vorzulesen und habe nun die letzte Viertelstunde mit der Uhr in der Hand dem König wiederholt, dass er, Hollenstein, um sein Wort einzulösen und zur verabredeten Zeit wieder in Versailles zu sein, Schlag 6 Uhr von Hohenschwangau abreisen müsse. Habe seine Majestät den Brief bis dahin nicht geschrieben, so wäre diese Phase unwiederbringlich vorbei und man werde sich in Versailles anders zu helfen wissen. Der König sei gewiss vollkommen frei, zu tun und zu lassen, was er wolle. Aber Hollenstein, als des Königs treuergebender Diener, müsse seiner Majestät zu bedenken geben, dass das Infragestellen des vom deutschen Volke verlangten Kaisertums durch Übelwollen des Königs von Bayern, dessen Truppen vor Paris ständen und dort vielleicht den Kaiser ohne Befehl ausrufen würden, den widerstrebenden König dem eigenen Volke gegenüber in eine Lage bringen müsste, welcher seine Majestät sich am besten durch einen Aufenthalt in der Schweiz entziehen würde. Der König sei nun aufgestanden und an den Schreibtisch gegangen, habe dann aber wieder erklärt, wegen mangels an passendem Papier nicht schreiben zu können. Hollenstein habe um die Erlaubnis gebeten, schellen zu dürfen. Bevor er dies aber ausgeführt, sei das Papier auf einmal da gewesen und der König habe nun geschrieben, ohne ein Wort zu sagen. Dieser Bericht klingt im Großen und Ganzen glaubwürdig, nur dass Hollenstein den eigentlichen Nervus rerum dabei wohlweislich aussparte. Sicher war dem König Ludwig II. die ganze Transaktion peinlich und widerwärtig. Zur Bestechung musste wohl auch noch ein wenig Erpressung kommen, die Hollenstein, selbst materiell interessiert, auf sich nahm. Er selbst hatte weniger Skrupel und war offensichtlich überglücklich, den Coup seines Lebens gemacht zu haben. Auf dem Rückweg nach Versailles notierte er sich auf der Manchette den Namen des Lokomotivführers. Der gute Mann sollte auch eine Belohnung abbekommen. Die Zahlungen an Ludwig II., der zur Kaiserproklamation nicht erschien, begannen im März 1871. Bismarcks Sekretär und Chronist Moritz Buff notiert, dass der Kanzler, als Hollenstein zu ihm gekommen, ihn sofort in seinem Schlaf- und Arbeitszimmer empfangen und bald nachher Champagner bestellt habe. Das war am 2. Dezember und damit war das bayerische Hindernis genommen. Aber am folgenden Tagesschon zeigte sich ein beinahe ebenso schweres. Der König von Preußen wollte die neue Würde nicht. Sein Sohn, der spätere Kaiser Friedrich, schrieb am Abend in sein Tagebuch, Nach dem Essen bekannte ich seiner Majestät meine Neugierde wegen des mir zu Ohren gekommenen Gerüchts und erhielt infolgedessen die Erlaubnis, dem gerade angesetzten Vortrag des Grafen Bismarck beizuwohnen, welcher darauf den königlich-bayerischen Brief vorlas. Seine Majestät war über den Inhalt dieses Briefes ganz außer sich vor Unwillen und wie geknickt. Er scheint demnach nicht zu ahnen, dass das Konzept von hier aus nach München gegangen ist. Der König war heute nicht umzustimmen und sah in Kaiser und Reich eigentlich nur ein Kreuz für sich selbst, wie auch für das preußische Königtum überhaupt. Der König leistete noch wochenlang hinhaltenden Widerstand, der zum Schluss die Form annahm, dass er den Titel deutscher Kaiser ablehnte und verlangte, Kaiser von Deutschland tituliert zu werden, wobei er sicher sein durfte, dass ihm die damit ausgedrückte direkte Territorialhoheit von seinen Mitfürsten nicht zugestanden werden würde. Bismarck, der so viel Widerstand gerade von dieser Seite nicht erwartet haben mochte, schrieb an seine Frau, Ich hatte mehrmals das dringende Bedürfnis, eine Bombe zu sein und zu platzen, dass der ganze Bau in Trümmer gegangen wäre. Nötige Geschäfte greifen mich wenig an, aber die Unnötigen verbittern. Noch am Tage vor der auf den 18. Januar 1871 anberaumten feierlichen Kaiserproklamation war der Widerstand des Königs nicht gebrochen und alles schien im letzten Augenblick gefährdet. Der Großherzog von Baden, der das Kaiserhoch ausbrachte, umging schließlich die Schwierigkeit, indem er weder den deutschen Kaiser noch den Kaiser von Deutschland, sondern Kaiser Wilhelm den Siegreichen hochleben ließ. Diese Kaiserproklamation, für die der sonst als Lazarett dienende Spiegelsaal des Versailles Schlosses von Verwundeten geräumt worden war, ist von dem Maler Anton von Werner in einem berühmten Bilde verewigt worden. Der Kronprinz hatte ihm telegrafisch bestellen lassen, dass sie hier etwas ihres Pinsels Würdiges erleben werden, wenn sie vor dem 18. Januar hier eintreffen können, und ist lange Zeit in Deutschland als Reichsgründungstag gefeiert worden. Tatsächlich war der 18. Januar nicht der Reichsgründungstag. Nach den Verträgen mit den süddeutschen Staaten trat das Deutsche Reich am 1. Januar 1871 in Kraft. Die Ratifizierung des Bayerischen Vertrages erfolgte dann aber erst am 21. Januar, und die Organe des Neuen Reichs nahmen erst im März 1871 ihre Tätigkeit auf. Der Beginn des Deutschen Reichs ist ebenso schwierig, genau zu datieren wie sein Ende. Jedenfalls fand er nicht am 18. Januar statt. Die Feier vom 18. Januar war auf diesen Tag gelegt worden, weil es der Tag der Krönung des ersten preußischen Königs 1701 gewesen war. Sie stellte eine Art Konzession an das preußische Gefühl des neuen Kaisers dar und gestaltete sich, wie einer der Teilnehmer sich ausdrückte, zu einer Art preußischer Hausandacht von geistlich-militärischem Charakter. Ihren Mittelpunkt bildete eine Predigt des Berliner Hofpredigers und Divisionspfarrers Rogge, eine taktlose Rede, voll preußischer Selbstvergötterung, wie der anwesende Johann Georg von Sachsen nachher bemerkte, und auch Bismarck hörte ihr mit Ingrimm zu. Mehr als einmal dachte ich bei mir, warum kann ich diesem Pfaffen nicht an den Leib? Jede Thronrede muss vorher Wort für Wort beraten werden, und dieser Pfaffe darf sagen, was ihm gerade einfällt. Auch sonst herrschte keine gute Stimmung an jenem 18. Januar. Die versammelten Fürstlichkeiten begrüßte einer von ihnen, Georg Albert von Schwarzburg-Rudolstadt, mit bitterem Sarkasmus. Seid gegrüßt, mit Vasallen! König Ludwig von Bayern fehlte. Sein Bruder Otto, der ihn vertrat, schrieb ihm nachher, Ach, Ludwig, ich kann dir gar nicht beschreiben, wie unendlich weh und schmerzlich es mir während jener Zeremonie zumute war, wie sich jede Phase in meinem Innern sträubte und empörte gegen all das, was ich mit ansah. Alles so kalt, so stolz, so glänzend, so prunkend und großtourisch und herzlos und leer. Endlich drängte man sich durch diese Knäuel zurück und aus dem Saale hinaus. Mir war's so eng und schal in diesem Saale, erst draußen in der freien Luft atmete ich wieder auf. Dieses wäre also vorbei. Und der neue Kaiser war kaum weniger unglücklich. Er schrieb an die Kaiserin, Eben kehre ich vom Schlosse nach vollbrachtem Kaiserakt zurück. Ich kann dir nicht sagen, in welcher morosen Emotion ich in diesen letzten Tagen war, teils wegen der hohen Verantwortung, die ich nun zu übernehmen habe, teils und vor allem über den Schmerz den preußischen Titel verdrängt zu sehen. In einer Konferenz gestern mit Fritz Bismarck und Schleinitz war ich zuletzt so moros, dass ich drauf und dran war, zurückzutreten und Fritz alles zu übertragen. Der alte König hatte so Unrecht nicht, mit seinem Schmerz den preußischen Titel verdrängt zu sehen. Wenn man heute mit 100 Jahren Abstand zurückblickt, kann man in dem, was damals geschah, in der Tat deutlich den Anfang vom Ende Preußens erkennen. Es ist mehr und mehr im Reich aufgegangen und schließlich mit dem Reich untergegangen. Merkwürdig. Preußen gibt es nicht mehr. Aber Bayern gibt es durchaus noch. Was das Bismarckreich selbst betrifft, so war es zunächst im deutschen Volksbewusstsein ein ungeheurer Erfolg. Fast ein halbes Jahrhundert lang galt es als so etwas wie die natürliche Form deutscher Einheit und das vorbestimmte Happy End der deutschen Geschichte. Das war es nicht. Es war eine Kunstschöpfung und es hat so, wie es 1870 gegründet wurde, wenig Dauerhaftigkeit bewiesen. Es hat nur etwa drei Vierteljahrhunderte existiert, und es hat in dieser kurzen Zeit seine Form zweimal von Grund auf gewandelt und es hat heute anderen Formen deutscher Staatlichkeit Platz gemacht. Es war, wie man früher gesagt hätte, kein Segen daran. Heute ist Bismarcks Reichsgründung Geschichte und ferne Geschichte. Die staatlichen und gesellschaftlichen Kräfte, die in ihr wirksam waren, gehören heute ebenso der Vergangenheit an wie das Reich selbst. Mit einer Ausnahme vielleicht. Ein gewisses deutsches Nationalgefühl gibt es auch heute noch, wenn auch kaum eine wirklich lebendige Nationalbewegung, wie die, der vor 100 Jahren eine so merkwürdige Feinerfüllung beschert wurde. Aber dieses Nationalgefühl ist mit keinen Restaurationswünschen verbunden. Zum Deutschen Reich führt kein Weg zurück. Wie es der letzte Chronist der Reichsgründung, Professor Ernst Deuerlein, ausgedrückt hat, Die erstrebte Wiederherstellung der nationalen Einheit des deutschen Volkes bedeutet nicht die Wiedereinsetzung des Deutschen Reiches. Ein wiedervereinigtes Deutschland würde mit dem Deutschen Reich, so wie es 1870-71 geschaffen worden war, noch weniger gemeinsam haben, als dieses mit dem 1806 aufgelösten Heiligen Römischen Reich deutscher Nation gemein hatte.